Hätte ich doch damals ins Internet investiert. Vor 20, vor 30 Jahren, da hätte eine Investition in eine richtige Tech-Aktie mein ganzes Leben verändert. Aber warum haben es die Leute nicht getan, weil sie davon nicht wussten, weil sie nicht das richtige Wissen hatten. So und genau so, wie das damals mit dem Internet war, mit einer riesigen Chance, die viele Menschen nicht gesehen haben, meistens die Eltern von uns, beschäftigen wir uns heute mit einem Thema der Blockchain-Technologie, den Kryptos, was genau auch meine Leidenschaft ist, wo wir entdecken, warum es momentan so schlau ist, sich damit zu beschäftigen, hier als Gestalter mit dabei zu sein und nicht nur als Betrachter, als Mensch, der mit der Fahne nach vorne geht und investiert und anderen Leuten zeigt, warum das Ganze so krass ist. Und nicht nur von außen betrachtet und am Ende sich denkt, Mensch, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal auf den Jakob gehört. Hätte ich doch mal ein paar tausend Euro in das gesteckt, in das gesteckt. Aber ich hatte Angst, ich wusste nicht selber Bescheid. Und genau dafür ist dieses Video, dass du dir einfach mal ein gutes Bild bildest, davon, was momentan wirklich abgeht und wie es in der Vergangenheit schon mal stattgefunden hat und du dementsprechend hier eine qualitative Entscheidung treffen kannst. Viel Spaß! Der Begriff S&P 500 ist uns allen bekannt. Im Video davor habe ich das schon mal einmal kurz aufgenommen. Die S&P 500, der Aktienindex, das ist ein Aktienindex, wo die 500 größten Firmen, stärksten Firmen von ganz Amerika drin sind. Und hier sehen wir die Branchengewichtung. Wir sehen die Marktkapitalisierung in Millionen und eine Prozentzahl. Anfangen tut das Ganze mit Chemie, Pharma, Bio und Medizintechnik. Wir haben Holdings, Mischkonzerne, wo Elphabet zum Beispiel drin ist, Energie und Rohstoff. Und das, genau, finanzielle natürlich mit BlackRock etc. Aber das, worauf ich hinaus will, sind die Tech-Aktien. Die kommen gleich. Diese sind nämlich zu, wow, nicht mehr zu 34,5, sondern sogar zu 35,39 Prozent. Heute hier der Anteil des S&P 500. So, und das sind meistens Aktien, die es im Jahr 2019 noch nicht gegeben hat. Alphabet, ja, Apple, Google, Amazon, so, AT&T, das waren noch keine Blickplayer. Die haben sich erst in den letzten 20 Jahren entwickelt. So, und das Interessante ist halt hier eben, auch beim Internet gab es damals immer wieder eine Blase, Kurse, die gekracht sind, runtergekracht sind, Leute, die sich geärgert haben, Leute, die dachten, jetzt stürzt das ganze Kartenhaus ein, jetzt ist es vorbei, ne, und viel, 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 viel Unwissen, viele Menschen, die einfach nur mit Gier in den Markt reinströmen und versucht haben, da Geld mit rauszuholen. Das ist einfach nicht nachhaltig gewesen, ja, es gab ein Kursfeuerwerk, es gab, wie gesagt, hier, ne, die Telekom-Aktie, ein schönes Beispiel, die ist auf über 100 Euro gestiegen und mittlerweile ist sie immer noch bei 25, ja, weil es halt einfach teilweise Aktien gab, die total über, über, überpriced, also einen viel, viel höheren Preis hatten, als sie überhaupt wert sind, ja. Was wir aber hier insgesamt sehen, ist, dass halt der Nasdaq, ne, der Aktienindex für Technologieaktien, so wie der DAX von Amerika, da sieht man, dass 2000 eine Spitze war, wo es wieder runterging und sich dann aber wieder auch in den nächsten Jahren gut erholt hat, ja. Und das ist natürlich das Schöne, weil dieses, dieser Weg hier nach oben, den hat die Wirtschaft, den haben die Masse gebracht, ne, weil dort natürlich jetzt hier viele, viele Menschen nach diesem Absturz, ne, wo wirklich verdammt viel Kohle auch weg gewesen ist, die Wirtschaft sich natürlich wieder erholt hat, die Menschen waren voller Angst, wussten nicht, was sie tun sollten, ne, und haben aber trotzdem natürlich gecheckt, wenn wir zum Beispiel nämlich mal Amazon angucken, ja, das, das ist echt lächerlich, ja, 2000, ja, das ist hier, dieser kleine Punkt hier ist das, was die Dotcom-Blase damals ausgemacht hat. Und wenn wir hier mal gucken, dann sehen wir, ja, es ging ein bisschen runter, ne, von 4 Dollar auf 2, auf 12 Cent, auf 51 Cent und mittlerweile dann aber in den letzten Jahren auf über 180 Dollar pro Aktie, ja, also hätte man, wenn man hier oder hier investiert, egal ob du hier beim höchsten Punkt noch gekauft hättest, heutzutage wärst du immer noch so dick im Plus, ja, das ist, äh, das sind die meisten Menschen, so Bewegungen sind die meisten Menschen im Aktienmarkt gar nicht gewohnt, ja, wir können uns das Ganze nicht nur beim Beispiel Amazon, sondern auch an Microsoft anschauen, da müssen wir noch einmal hier gucken, Microsoft Corporation, kurz ein bisschen zurecht bewegen und dort sehen wir auch ganz schön, hier im Jahre 1999, 2000 sind wir bei um die 60, 50 Dollar, dann geht es runter bis auf 25, 20, also Tiefstpunkt sogar bei 17 Euro und dann aber dann doch in den letzten Jahren, wo das Internet und die Technologie immer weiter nach vorne gekommen ist, hat sich diese Aktie auf über 350 Euro hoch oder Dollar hoch entwickelt, was natürlich der Wahnsinn ist. Jetzt haben wir viele Menschen, die selber sagen, Bitcoin ist wie das Internet in den 80ern, ja, dieser Artikel ist von 2018, damals hat man sich natürlich auch gefragt, was macht diese Technologie, diesen Markt so volatil, ja, und das ist hier auch, finde ich, echt gut beschrieben, die Technologie wird funktionieren, nur Kryptowährungen wie Bitcoin werden die Welt verändern, die Blockchain, die Technologie steckt in den Kinderschuhen und das gibt diesem Markt diese massive Volatilität, ja, so, dieser jener, Erik Finnmann, sagt sogar, wer in den nächsten 10 Jahren kein Millionär wird, ist selber schuld und dazu haben wir ein Video noch eben gemacht und hochgeladen, schaut es euch an, ähm, es ist verrückt, 450 Euro jeden Monat investieren in Kryptowährungen und ihr seid innerhalb von 10 Jahren frei, ohne Gewehr, ganz klar, aber, äh, das sind einfach Chancen, so wie damals mit dem Internet, ja, hätte man damals Geld regelmäßig in Amazon und Microsoft reingesteckt, dann müsste man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten und das ist krass, weil so Chancen wie mit dem Internet, diese Chance so günstig einzukaufen, die gab es nicht lange, ja, und die besten Menschen, die kaufen dann nicht nur an einem Zeitpunkt an, sondern die kaufen immer wieder ein, aber das erkläre ich euch im nächsten Video, wo wir über den Dollar-Cost-Average-Effekt reden. Jetzt schauen wir uns erstmal an, warum Kryptos momentan so interessant sind. Hier haben wir die FAZ, die Frankfurter Allgemeine, sollten den meisten von euch im Begriff sein, wenn nicht, googelt's mal. Und hier sehen wir, dass Gold momentan, da, 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 hier steht es, dass Gold momentan an einem tiefsten Stand ist seit April 2020. Jetzt hören wir eigentlich immer nur Gold, der sichere Hafen, Immobilien als Betongold und tralala und gucken einfach mal als Vergleichswert April 2020, ja, tiefster Stand seit April 2020 und beim Bitcoin, dort haben wir den tiefsten Stand seit Oktober 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Das gucken wir aber auch nochmal nach. Ne, seit Dezember 2020. Das heißt, Bitcoin hat sich in den letzten zwei Jahren besser entwickelt als Gold. Hm. Na ja, da stellt man sich ja auch die Frage, sind wir im Zeitalter der Digitalisierung oder wendet sich gerade alles dahin, dass wir alle unseren Tresor, unser Gold zu Hause lagern? Ist ja irgendwie ganz klar. Ne? So, ich meine, äh, es werden ja jetzt auch nicht die Brieftauben, die Briefe und das, äh, das Telegraf, äh, oder der Telegraf, äh, Gerät wird wieder ausgekramt, sondern es geht ja immer weiter. Technologien werden weiterentwickelt, die Blockchain wird immer größer, immer mächtiger und so wird auch Bitcoin und alles, was dahinter steckt oder was damit zu tun hat, immer, immer mächtiger und immer mehr genutzt, ja. So, und, ähm, jetzt an so einem Zeitpunkt, wo es heißt schon, wow, wir befinden uns an einem Tiefpunkt. Der Markt ist am Bluten, sagt man ja immer. Die Leute haben Angst, die Leute wissen nicht, was sie zu tun haben. Dann hören wir doch jetzt hier am besten mal an einem Menschen, der es geschafft hat, gut anzulegen, sein Geld gut zu verwalten, was dieser jemand in Krisenzeiten macht. Warren Buffett. Ein Klima der Angst ist dein Freund beim Investieren. Das rät Börsenlegende Warren Buffett an Leger an Krisenzeiten. Ist auch vom 22. Juni und hier gehen wir jetzt mal eben auf diese drei Sachen ein. Die Börsenlegende Warren Buffett fordert Anlegern seit langem auf, bei fallenden Kursen nicht in Panik zu verfallen. Also, halten und nicht verkaufen. Ja, der Investor betrachtet Zeiten der Angst und Unsicherheit als beste Gelegenheit, um Schnäppchen zu machen. Halten, nicht verkaufen, nachkaufen. Buffett warnt, dass Panikverkäufe teuer seien und langfristige Renditen für Anleger zunichte machen könnten. Kann ich nur zustimmen, denn manche Leute verkaufen in Panik, weil sie denken, es geht noch weiter runter, weil sie einfach keinen langen Atem haben und Schiss haben, ihr Geld zu verlieren, weil sie mit Geld irgendwo reingehen, dass sie nicht verlieren können. Ja, und dann bist du irgendwann, wenn der Markt unten ist, an der Situation, wo du das Geld brauchst und dir nur denkst, boah, soll ich jetzt den Monat lang hungern oder lasse ich das Geld in Kryptos drinne? Das ist nicht gut. Nehmt Geld, was euch nicht wehtut. Nehmt Geld, wo ihr kein Essen, keine Miete oder was auch immer von zahlen müsst. Aber kauft nach, wenn der Markt unten ist. Seid nicht so blöde und kauft dann ein, wenn der Bitcoin wieder bei 50.000 ist. Das macht doch keinen Sinn. Ja, und genau diese Angst, dazu gibt es witzigerweise beim Kryptomarkt den Fear and Greed Index. Ja, es geht immer darum, genau das zu machen, was die Masse nicht macht. Wenn die Masse Angst hat, dann heißt es nachkaufen. Und momentan hat die Masse extreme Angst. Wenn die Masse extrem gierig ist und sich alle denken, ey, der Bitcoin geht noch viel, viel höher und wir sehen noch die 100.000, und wir sehen die 80.000, die 90.000, dann heißt es verkaufen. Denn wo alle noch in der gierigen Stimmung sind und die Kurse weiter nach oben schießen, sollten wir die Zeit nutzen und genau das Gegenteil der Masse machen und abverkaufen. Ja, bei Zielpreisen, die wir uns davor schon gesetzt haben. Ja, so trennen wir uns von unserer Emotionalität und können hier dementsprechend basierend auf reinen Indikatoren, auf so einem Index entscheiden, wann es die richtige Zeit ist, zu verkaufen. So, jetzt haben wir das schon einmal durchgesprochen, warum es momentan so interessant ist, zu kaufen, allgemein in Kryptos zu investieren, weil der Markt in extremer Angst ist. Weil die Nachrichten und das alles den Markt zu so einer Lage getrieben haben, dass wir den Bitcoin bei einem Preis von 19.299 und Ethereum bei einem Preis von 1.327 sehen. Das wird es in zwei Jahren nie wieder geben. Und jetzt stellen wir uns aber noch die Frage, wie kann ich mir da so sicher sein, dass es in zwei Jahren eine gewaltige Veränderung geben wird? Und das zeige ich euch jetzt. Diese Nachrichten, die ich euch jetzt zeige und das Wissen, das ihr jetzt bekommt, lässt mich oder gibt mir nochmal die Bestätigung, dass ich genau das Richtige mache, dass ich genau weiß, wo wir uns in Zukunft hinbewegen werden und warum, das erfahrt ihr nun. Die Leute. Jetzt sollte man sich erstmal die Frage stellen, wer ist denn überhaupt dieses, diese, diese, die Leute? Das gucken wir gleich. Fakt ist, dass die Leute eine Umfrage gemacht hat, wo 75% der Einzelhändler innerhalb von 24 Monaten Kryptozahlungen akzeptieren wollen. Sie wollen, dass die Kundenerfahrung besser wird, sie wollen mehr Kunden gewinnen und ihre Marke als innovativ, dass ihre Marke als innovativ wahrgenommen wird. So, das geht aus einer Umfrage heraus, wo Einzelhändler, große Einzelhändler mit einem Umsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar gefragt wurden. Also die Leute, die auch wirklich was zu sagen haben. Nicht der Bäcker oder der Kiosk von nebenan, der ist ja egal, sondern wirklich die großen Shops, die großen Läden, wo wir auch täglich einkaufen gehen. So, 85% der befragten Händler gaben an. Sie erwarten, dass Kryptowährungszahlungen in 5 Jahren in ihrer jeweiligen Branche üblich sein werden. Und das ist keine Branche, digitale Finanzdienstleistung oder was auch immer, sondern das sind Führungskräfte aus den Sektoren Kosmetik, digitale Waren, Elektronik, Mode, Lebensmittel, Getränke, Haus und Garten, Gastgewerbe, Freizeit, persönliche und Haushaltswaren, Dienstleistung und Transport. Außerdem kann man hier noch sehen, dass die Leute sehr, sehr viel Geld da rein investieren, um halt eben sich für die Zukunft vorzubereiten. Und inwiefern sich die ganz, ganz Großen vorbereiten, das gucken wir uns jetzt mal. Bei Deloitte sollte einem direkt ein Name klingeln und zwar, oder ein oder zwei Wörter, und zwar Big Four. Die Big Four, das sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ihr habt richtig gehört, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber welche Wirtschaft prüfen die denn? Die Big Four bezeichnet ein Oligopol oder das Oligopol. Und was ein Oligopol ist, das sehen wir hier. Das Oligopol ist in der Wirtschaft eine Marktform, die durch wenige Marktteilnehmer gekennzeichnet ist. Darüber aber später mehr. Die Big Four sind die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Deloitte, den Namen haben wir eben gehört, Ernst & Young, KPMG und PricewaterhouseCoopers. Diese vier Unternehmen stehen für rund 67% des weltweiten Umsatzes in der Wirtschaftsprüfung. Und jetzt wird es noch kranker, damit ihr mal ein Bild bekommt. Lest euch das selber ruhig noch durch. Also selber auch mal nach in Wikipedia. Die Big Four prüfen einen Großteil der börsennotierten Unternehmen weltweit. Unter anderem nahezu alle Gesellschaften in den großen Aktienindizes S&P 500, da haben wir gerade noch drüber gesprochen, der DAX in Deutschland und der FTSE 100 in Großbritannien. Und jetzt wird es krass. In Deutschland werden von 160 börsennotierten Unternehmen, um Zahlen zu nennen, die die vier wichtigsten Aktienindizes bilden, 142 von dem Big Four geprüft. Das ist krank. Und jetzt könnten Sie es nicht noch offensichtlicher machen. Hier steht es sogar, die Big Four sind auch in der Steuerberatung und in der allgemeinen Unternehmensberatung aktiv und beraten ihre Mandanten zum Beispiel in Fragen betreffend die Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Na, wie meint ihr denn, wird die Digitalisierung aussehen? Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Diese Big Four beschäftigen weltweit über eine Million Angestellten bei etwa 145 Milliarden Euro Umsatz. Jetzt kann man hier theoretisch gesehen noch gucken, wen sie denn so beraten. Wie gesagt, macht euch selber schlau. Hier findet ihr viele Links. Was wir jetzt machen, ich gebe euch noch ein bisschen mehr Input, ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr Fakten. Hier sind wir bei PricewaterhouseCoopers, eine der Big Four, eine der Webseiten, die uns die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der Blockchain-Implementierung zeigen. 66 Milliarden, in Bezug aufs Bruttoinlandsprodukt, werden gewonnen im Jahre 2021. 422 Milliarden werden gewonnen vier Jahre später und 1,76 Trillionen, also Billiarden Dollar, what the fuck, kann man sich nicht vorstellen. 21 Nullen hinter, werden gewonnen im Jahre 2030. Das ist ein Markt, den kann man sich nicht vorstellen. So, und egal ob ich hier PwC, Deloitte, Ernst & Young oder KPMG und Blockchain eingebe, und ich mache es gerne, Deloitte, ja, wir finden auf jeder Webseite eine oder mehrere Artikel über die Chancen und Risiken der Blockchain. Deloitte hat ein 8-minütiges Video, was die Chancen und Risiken der Blockchain perfekt beschreibt. Das habe ich vielen Leuten aus meinem Team schon gezeigt, weil es mich einfach mega umgehauen hat. Werden wir jetzt hier nicht angucken, könnt ihr aber gerne auf mein, mir einfach schreiben, dann schicke ich es euch zu. Ja, oder ihr geht halt einfach auf die Webseite hier und gebt einfach mal Blockchain, Chancen und Risiken die Leute ein und ihr findet es. Das ist das Krasse. Es ist alles öffentlich. Nur wir, wir werden nicht darauf hingewiesen. Warum denn auch? Wenn wir doch alle schon den Schritt gehen würden, ja, dann würden die ganz, ganz Großen doch gar nicht mehr so krass davon profitieren. So, und gut, hier ist ein Artikel, hier geht es um, wer denn alles schon mal Bitcoin akzeptiert hat. Es geht hier aber nicht um Bitcoin, es geht hier um Blockchain. Bitcoin, und auch dort spricht die Leute drüber, Bitcoin ist einfach nur hier, ne, so funktioniert die Blockchain, bla 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 bla, mit Bitcoin fing halt alles an. Ja, so, und hier kann man, ähm, hier kann man halt sich dann auch durchlesen, warum denn Bitcoin, Blockchain, ne, et cetera, alles so besonders macht. Ne, Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Steuern, Blockchain, Grundbüchämtern, Zentralregistern, Notaren, ja, Zentralbanken wird es vielleicht nicht mehr geben, Transaktionsregister werden fälschungssicher, et cetera, et cetera, et cetera, das sind Sachen, die können wir uns nicht vorstellen. Und jetzt kommen Nachrichten am 12.08.2022, wo nicht nur die Wirtschaftsprüfer, sondern auch, hm, wer hätte es gedacht, BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, Bitcoin, und ein weiteres Projekt, pushen. Das ist krank. Und das sind Neuigkeiten und Nachrichten, die sollten an die Presse gehen. Aber keiner erzählt drüber, weil die wollen auch alle nicht, dass wir die Blockchain nutzen. Die wollen auch alle, dass wir warten, bis die Großen hingehen und uns die Blockchain zeigen. Weil würden wir die Blockchain verstehen und würden wir verstehen, was hier für ein Potenzial hinter steckt, dann würde es irgendwann vielleicht gar keine Banken mehr geben. Ja? Und das ist das, was man verstehen muss. Die Banken, so wie wir, die müssen sich jetzt da auch, die müssen adaptieren, die müssen hingehen und sich mit der Sache auseinandersetzen, weil wenn die das nicht tun, die Blockchain kann auch ohne Bank. Wir können mit der Blockchain auch ohne Bank. Die brauchen wir nicht mehr. Was meint ihr, warum es so wichtig ist, dass die Banken jetzt hingehen? Nur mal so zum Thema, die Banken, ja? Hier, die Deutsche Bank zum Beispiel. Was meint ihr, warum die Deutsche Bank 2018 schon hingegangen ist und gesagt hat, Blockchain ist die nächste Revolution? Ja? Ein Video daraus rüberbringen, Manipulation fast unmöglich, schnell, sicher, günstig, Chancen für den Mittelstand, einen Beratungstermin vereinbaren können. Ja, es gibt doch schon alles. Nur es wird uns nicht gezeigt. 81 von den Top 100 Firmen nutzen bereits Blockchain oder investieren da rein. Auch das weiß keiner. So, und da frage ich die Menschen immer, nenn mir nur eine Firma hier, die du nicht kennst. Dann googeln wir sie und gucken, ob man diese kennt oder nicht kennt. Hier sind riesige Firmen bei, wie JP Morgan, hier ist Maccas, Shell, Samsung, Nvidia, PayPal, Shopify, Nike, selbst Pfizer, Nestle, Coca-Cola, Goldman Sachs, die Citibank, BlackRock, Paypal, Microsoft, alles mit am Start. Nur die Menschen noch nicht. 4% der Menschen. Es ist lächerlich. Weil, was meinten ihr, wer davon wieder profitieren wird? Die 4% der Menschen, beziehungsweise die Menschen, die einfach noch keinen Plan haben, oder die 81 Firmen, die natürlich hier schon mit dabei sind. Ja, die 4% der Menschen, die da jetzt drin sind und die nächsten Menschen, die da reinkommen, bevor die große Masse der Menschen reinkommt, das sind die Leute, die hier profitieren. Das sind die Leute, die hier mit so einer Chance mal richtig auf die Kacke hauen. Die sich danach ein richtig geiles Leben ermöglichen können. Die danach nicht mehr sich Gedanken machen müssen, ob der Strom sich jetzt verdoppelt oder das Gas sich verdreifacht hat vom Preis her. Ja, die sich keine Gedanken machen müssen, ob sie den nächsten Urlaub auf einem Campingplatz oder in einem Hotel verbringen. Weil es einfach egal ist. So, weil sie einfach mit dem richtigen Riecher, mit dem richtigen Mut, mit dem richtigen Verstand und dem richtigen Wissen, dem richtigen Bewusstsein eine Chance entdeckt haben und diese genutzen. Ja, das ist wichtig. Und genau diese Chance nutzt auch die Leute, weil genau das zeige ich euch noch. Nicht viel, aber eine Stelle, einen Ausschnitt. Und zwar den letzten dieses Videos, wo die Leute selber noch mal zusammenfasst, was Sache ist. Hört es euch an, weil das ist echt krass. Die Welt verändert. Es sind Jobs weggefallen und neue entstanden, keine Frage. Der Fortschritt hat seinen Tribut gefordert. Sicher ist, Blockchain hat die Welt verändert. Siehst du es jetzt? Diese vier Zukunftsskizzen zeigen, wie weitreichend die Folgen der Blockchain-Welle für dich und mich sein werden. Unsere Wirtschaft, die Politik und unsere Gesellschaft werden sich verändern. Du meinst, wir stehen erst am Anfang? Stimmt, gewiss. Aber bei einer Technologie mit solcher Durchschlagskraft sollten wir besser gestalten als Zuschauer sein. Es steht zu viel auf dem Spiel. Also, wach auf. Wenn ich dieses Video gucke, kommen mir fast immer die Tränen, weil ich mir denke, Leute, zu euch spricht der weltweit größte Wirtschaftsprüfer. Er sagt zu uns, es steht zu viel auf dem Spiel. Ja, sie können es sich nicht leisten, diese Chance zu verpassen. Ja, das ist, puh, es ist krass. Es wird krass. Ja, und wie gesagt, lasst die Augen nicht zu oder geschlossen, sondern öffnet eure Augen, wacht auf und nutzt diese Tür, die schon offen ist, ja, wo alle dran denken oder wo alle denken, die Tür ist geschlossen und drückt sie einfach mal auf. Meistens sind die Türen gar nicht verschlossen, sondern ihr habt einfach es noch nicht versucht. So, und in dem Sinne, viel Spaß beim nächsten Video, weil genau dort werde ich euch zeigen, wie ihr richtig diese Chance der Blockchain mitnimmt und richtig investiert mit der richtigen Strategie hier innerhalb von 10 Jahren die richtigen Erfolge sehen werdet. Ciao.